Ich dachte, wolltest du nicht Kater haben? Was hast du an die Dreckschleuder? Ach nee, hast du ja gar nicht mehr. Hast du ja jetzt Annie und nicht mehr Mundo. Ja, Mundo ist besser als Annie. Ist klar. Liegt an ihr rum. Du frisst gerne Speere, wa? Nö. Denk ich aber schon. Die hat sich ne Träne gekauft, really? Wird ich auch machen. Die sind auch alle doof. This way! What the fuck? Ja, wir auf den verdammt nochmal noch! Alter, da haben die ein hartes Poke-Team. Du KSer! Alter, ich hab den Kinn gemacht! Nicht du! Ich war halt in den Wukong. Und ich hab alles vorbereitet, also. Can you see my bad Tivers? Haben wir dich die Jena grad getötet? Nee. Ach so, aber die Zona. Die sind beide Kacke aus. Alter. Leg dir bitte mal ein richtiges Headset zu. Ich hab ein Headset. Ja, laber doch nicht! Dann würden wir nix hören. Can you see my bad Tivers? Lol! Da kamen Sperben vorbei. hidden doch mal. This way! Oh, ob du was hörst, man. Das ist doch leise. Das haben wir mal nicht... Oh! Nach China zu Report, ne? Genau. Report can't toss Spielhaus. Was? Aua! Jetzt reicht's. Jetzt reicht's aber langsam. Aber mich willst du Report, ne? Zu Recht. Ja, ich will nicht reporten, da hast du richtig gehört. Okay, jetzt lass ausweichen. Das macht keinen Spaß mehr. Ja, jetzt hab ich Schuhe, jetzt kann ich ausweichen. Ja, ich auch. Ja, ich hab wirklich die ganze Zeit Skills angeflogen. Can you see my... Alter. Ja. Ja. Shinatsu! Aaaaaaah! Wunderlos tot. Nee. Doch. Okay. Okay, jetzt hab ich nicht getan. Bug den Keks. Dann stun ich halt nicht. Wunder. Wunder. This way! Ich schalte welchen Ton aus, halt. Die Kontroll of Rush. Ernsthaft? Äh, das ist das, was ich mir kaufen werde, ist nicht. Nein. Ja, ist klar. Bitte more Heels und Schilde und Barrieren, Alter. Ihr seid doch alle dämlich. This way! Okay. Okay, die Holtchen! Oh, scheiß drauf. Ich werd's nicht fehlen. Ja, geschehen du. Ich hab's nicht mehr. 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 Was ist das hier? Boah Minions OP Machst du auch viel Schaden, würde ich sagen Warum hab ich das Abfahrt durch viele Rainscheide? Ja Tippers Aua Wie war das mit dodgen und so? Ja mach mal Sag ich das mal in unserem Mund, als er da rennt sogar Hallo dodgen LOL Lass mir zeigen, wie du ohne Flash so nem scheiß fetten Feilaus weißt Das war ein Idiot Alter, ich bin nicht mal da Schrecklich, wa? MEIN, ich brauch doch nur einen verdammten Kill, alter Ja Ich hab sogar das Ace bei dir gehört Hehehe Jetzt ist's cool Was ist das? Jetzt hörst du nichts mehr OMG Ich hab's nicht mehr vorgegeben Alter, mir ist zu viel Uuuuuhhh Hahahaha Das mach einfach den Scheiß Power Hehehe Your team has destroyed and thoroughly No Fuck 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 Das war keine gute Idee Ne, da haste recht Aber meine Ulti hat zum Glück auch nicht funktioniert Ok, ok Nein Zu früh Bekomm er halt auch so seine Ulti Ne, das sind nur 5 Hm? Warum sieht er 6 Leute, ist der doof Warum sieht er 6 Leute, ist der doof? Hahahaha Du Jumpstart 10 mit deiner Ulti rein Can you see my bad timbers? Alter, ich dachte du hast den Sound ausgemacht Ja, ich hatte ihn auch aus, aber dann war's zu wohl Ich kann doch einfach mal leise machen, das sieht ganz aus Oh, mir steht das nicht Alter, scheiß strange Das war klein Ich kann das gleich scannen Jaaa, Alter, guck dir an, wie viele Hits die rausgehauen haben Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo ist mein Bär? Da Wo ist mein Bär? Go, go, go Nein, nein, nein Nicht go Ich bin tot Da Überlegst du niemals Ja Krass, mein W macht einfach null Schaden Ja, 40 bis 35 Ich wundert mich nicht Das ist Kuhmexen und dann Wmexen Ne, ich mach mein E Ne, die ist scheiße Doch, eh, stimmt Ich bin's doch von früher, ich mag die alte Karte immer noch mehr Da hat der schon bei uns Nee, die ist richtig geil Hä? Die neue Karte ist richtig geil Ah, Quatsch Die ist so schön schnell Und du meinst das hier? Ah, das kann man ja auch machen Alter, der Mundo ist auch wie so ein Staubfinger, ja? Alles neben was geht Er spielt Mundo auch, wenn ich ihn brutalisiere Really? Maaan Ah, mach ich doch mal aus Das sind die Falle laufe ich nicht Oh, der war aber knapp Oh, da ist sogar noch ne Trap Ahaha Das ist echt ne gute Kombi Erst weghauen und dann So ne Ulti Komm zu mir! Ahaha 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 Bahja Ahaha Mach doch immer was, Annie, ey Muss ich alles alleine machen, Mann! Ich hoffe er ulti'd! Schade Ah, der Sound ist schon leise, aber ich erinnere mich noch Ja, ich hab doch nie gesagt, dass es mich stört Jetzt chill mal rum Ok, wo kommt er, wo kommt er, hier Oh, das hat's gebracht Warum rennst du weg, man? Äh, guck dir mal mein Leben an vielleicht Ich hab auch nicht mehr Ja, nein, gar nicht Ja, weil ich auch so viel mehr hab Natürlich hast du so viel mehr Warum rennen die eigentlich weg, die sind alle full life und wir alle Warum die wegrennen, das freu ich mich aber auch Ja, geile Ulti Ja, geile Ulti Ok Wow Ups Ach quatsch, ich hab einen hier ready Was? Ich hab doch einen hier ready Okay Okay, da Hahaha Ach so easy, ey Ok, ich hab gleich einen Stun Oh, die macht mir Angst, die macht Damage Ich hab Tibbers Stun Aber ich glaub nicht, dass sie so Damage raus haben Das glaub ich aber auch nicht Lass doch weggehen, ne? Ein Stück Ja, die haben sich die ganze Zeit die Healdinger genommen, Alter Anstatt ihnen zu helfen Guck mal, guck mal das TF Guck mal, guck mal Hahaha Hahaha Ah Karten machen Damage Und zwar massig Da ist irgendwo ne Trap drinne Ja, ja Wer ist jetzt gestorben, dann? Der Victor Durch die Super Niederlie... äh, durch die Super Twisted Fate Karten E Ist schlecht Vielleicht kommt der TF an, ich hoffe, ich hoffe, er kommt an Dann stirbt der Aber vorher rennt nicht weg, damit du allein stirbst Dann fähle ich wieder meinen Stun Und dann ist alles so weit Na, wer hat's gere... wer regelt's? Ich Hahaha Zeig dir den Fass, wenn der Wurbel reinläuft Aaaaaah Hahaha War alles geplant Hahaha, ist klar Wollte nur so tun, als soll ich fast reinhauen Glaube ich dir Ok Was macht der Mann? Oh, ich hab... Der Mann? Scheiße Du zeichnest Wuch mal als Mann Was macht der Mann? Hahahaha 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 Alter der... Ja... Schön, Victor, 30 Emres, so muss das sein Aua Schreib ich echt immer noch vor, um die weg kann Hahahaha Krass, oder? Warum... Ach... Aaaaaaah Mal schau mit der erste von den zweiten So ready, alter Seine Ulti Gleiche Scheiße Hahahaha Hahahaha Tja, jetzt guck, wenn ich tot bin Hahahaha Oh... Was träumst du eigentlich... Waaaas? Hahahaha Hahahaha Was?! Hahahaha Hahahaha Sei mal ganz ruhig kleiner Hahahaha Hahahaha Das verlieren wir einen Tower Oooo Heul doch! Ja Na komm, bewegt den mich! Arsch! Schneller. Andy, Andy mach doch. Andy, was machst du denn du? Du bist ja spieler-tot. Ich hoffe du stirbst, du stirbst, du stirbst! Nice, good job! Hehehe. Ich geh'n Schaden mit ihm, Alter. Nein, ihm schon. Ja, die Ulti waren nötig. Oh, nicht, ist irgendwie doof. Haben wir keinen Carry außer mich. Wir hatten da 3-9, der Wukong. Wo ging jetzt der Feind hier, Alter? Ich hab keine Ahnung. Och, der Mundo schafft's nicht. Ach. Ah, bist du ja wieder hier? Ja. Kann mal einen Suicide-Action machen. Nee, ich hab keinen Stun. Na und? Ja. Jetzt hier rein. Oh mein Gott. Gut. Fail-Ulti. Ich dachte, ich wär' raufgesprungen. Oh, fuck. Kill's aber alle. Bin ich schon schwer. Ich hab jetzt zwei Mal meine Ulti gemacht, um überhaupt wirklich Schaden zu machen. Oh, fuck. Guck mal. Cutter. Zu Opel. Ja. Victory! Stop. ... même. ... Vielen Dank.